so halli hallo und wünscht mir glück overwatch 10 lootboxen angesammelt ich weiß ich weiß ist nicht so viel aber hat trotzdem länger gedauert als erwartet und jetzt wünsche ich mir wünsche mir einfach ein paar coole skins in meinen boxen wünscht mir glück dass etwas wird guckt so und feuert mich an einmal epic credits sucks hart noch mal epic und enners gehen nice merciful und besser als classic also einmal lila schon mal nicht schlecht aber ich will ein paar goldene kommt schon witz wird noch nicht credit 500 gut damit kann man sich wenigstens gehen kaufen mit 500 krieg man ein bisschen was hin next one das nächste legendäre ist ne hübel cyber gothic für saiya lucky one spray ein hansos gehen besser als classic allemal und noch mehr credits nächster und wir kriegen blue crab das hatte ich sogar schon ach komm schon ging noch so gut los echt jetzt dreimal hintereinander nur blauen shit jetzt aber doch doppelt blau doch kommt schon noch mehr credits und die allerletzte wünscht mir glück nach immer noch mal was epic noch mehr credits screw this gut danke fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat wenn ihr mehr sehen wollt abo button kennt er ja andernfalls könnte mich auch gerne auf twitch besuchen in diesem sinne danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal dann werden es dann vielleicht 25 lootboxen oh gott das wird eine menge an sparerei